er konnte aber scheiße wenn ich nur aufschwung ab jetzt kommt er die leute rr ich glaube er hat uns nicht also gut und komisch zum nächsten schweiz ich mach das kurz nachdem ich das letzte gemacht habe ich weiß auch nicht wann so so einherst gestartet macht ja ich hab gestartet während du gerade etwas geschrien hat richtig gehört aber noch mal hat man sich können es war für den bieter komm mal mit der uhr herren gehst du musst sagen ja Tobi du musst sagen der Bieterhammer oder also ihr habt keine Ahnung von Musik ey also nur weil du das auf deiner Fahrt gehört hast und die gesagt haben das cool ist das ist meine eigene meinung ich glaube ich glaube dass die video pack ich unter die Montage runter Leute habt ihr Juroblin Song Contest geguckt? ich schon das war cool ich nicht ich war in Dänemark und ich konnte es nicht gucken Deutschland wurde fantastisch ne fantastischer 1. Platz das habt ihr auch gehört ist auch wahr Boah habt ihr gesehen Leute mit dem Näh er mag sich ein bisschen scheiße weil ich noch nicht angefangen habe mit dem also ich hab meine Aufnahme Jo ist auch scheiße dann nimm halt auf jetzt mal ja ich bin nur in dem Binnen ist Binnen ist nur schon das scheiße eh ja das stimmt schon machen wir halt zwei boah muss mich nur beeilen was bei mir gleich essen ja deswegen wollte ich ja schnell anfangen ja also zu informieren ist gerade ins Geld und und von Ränke nicht Achso, ach doch, von Ränke auch na eigentlich nicht na auch schon wieder wieder nicht Jo kommt schon Planner-Bahn was ich an ich mal ein Wort wird Prozent der Tische Liga aus dem Planer-Bahn auch steht ja auch nicht gar nicht ich sag die ganze zeit komm mal rein ist platzfrei es ist ja gehalten das war einfach so instinktiv instinktiv einfach egal dass der NB7 ich render grad noch nebenbei ich hoffe es leckt nicht zu sehr ich hoffe es leckt bei mir nicht zu sehr weil ich jetzt noch im Skype-Verspräch bin Rinkmanch was ist so ein gut PC was da los Junge der ist vollgemüllt mit einem möglichen Scheiß alter denkst du meiner nicht ja schon guck dir meinen Desktop an ist voll das ist bei mir auch so lange so viel Thumbnails und sowas fliegen da rum und Ordner und alles mögliche egal so so warte gleich starte ich die Aufnahme Tobi könnte theoretisch auch mit spielen könnte ich und spielt lieber FIFA verstehe ich ich bin gleich gegen ihn auch noch FIFA ziehen ja sicherlich und jetzt starte ich meine Aufnahme gleich in 3 2 1 go hau guten Tag und herzlichen Glückwunsch ich bin ein Tropfen er darf er auch wollen Leute zum neuen Video von den Berkshire Brothers fiet Moxit LP fiet Tobias Tobias D-Punkt oder das D-Punkt bei zu viel Information das musst du piepen okay ich mach das aber du schon meinen vollen Namen genannt aber okay ich hab doch nicht deinen vollen Namen genannt doch hast du vorher nicht doch wann irgendwann früher mal ach so er hat irgendwann früher mal aber nicht in diesem Video ja Leute wir sind hier auf MM wie man unschwer erkennt kann und wenn LOL er hat mich von oben tot geblästet dir Toli das ist der äh der Quatsch der Fight ganz nett OOOOOO ja genau damit ihr wisst Tobi spielt gerade FIFA und Max ist in game wie man da unschwer erkennt kann ja er spielt gegen mich weil ich im Moment lieber Roy spiele und ähm er immer schnell spielt Mein letztes Video war schon Roy deswegen hab ich jetzt wieder den National ausge Prix genau und ich äh und dann da die Partie ähm so ein bißchen dominiert von den Nationals her bin dann aber mit Toli gejoint also man ja oben ne fliegt so richtig aber ich mach ich doch schon hab ich ja schon gesagt Stehen mal hier, danke. Machen wir mit oder ohne, Key übrigens? I don't know, man. I don't know. But who knows? Ja, wer weiß es denn? Also machen wir mit oder ohne? Äh, weiß nicht. Ja, ich kann gerade nicht. Bin gerade in Fight. Oh, der hat ja ein Tonne gemacht, Mensch. Eh, Leute, tut mir leid, dass ich gerade so einen scheiß Aim habe. Ähm, ich hab's einfach mal vorne. Ich bin jetzt wieder da von meiner kleinen, von meiner kleinen Exkursion. Exkursion aus ja ein bisschen paar elaborierte Wörter das ist ja ein Chenin mit Niveau genau ja ich komme aus Dänemark jetzt bin ich wiedergekommen vor weiß nicht, eine Stunde ungefähr Alter Leute, ich habe den getroffen LOL Okay, der Clip kommt in die Montage Aua Ja Leute, wie ihr seht Tonics haben eine Animation ja Parking Sniper Hey, wer ist Martin? Und der hat getornigt, oder? Hat getornigt oder nicht hier geused Aber auf jeden Fall, wo du dich mit gesnipeter haben bist du? Ich glaube du bist als Martin gehandelt Was, ich wäre das Martin gehandelt? Ja, nice aim Martin, schreibt Letchen der Rekord Das ist ein Abonnent Er denkt, dass du Martin bist Schreibt, ich bin Renke Meinst du mich? Fragezeichen Fragezeichen Weil vielleicht mein doch wer anderes Ich werde nicht immer so denken, dass jeder mich meint Ich bin ja gar nicht Aber der hat schon zu mir high gesagt Und guck mal ich habe, ich habe, ich habe High Oh Ich Ups Ich Ups Oh Mensch Vielleicht treffen wir den Mandel und sich mal das ist so cool aber warum denken ich bin Martin ich meine Martin spielt im Moment gar kein Wettbewerb aber es ist auch egal die Kürze versiegt der Kleider er sagt so ich hab weg das finde ich immer voll nett oh man er schreibt aber Martins Eck m nein 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 ich will Nein schreiben neid also jetzt mal ernsthaft das ist doch nicht Martins Account bei Chats was hat Martin denn in den Videos behauptet äh hä warte mal Martin hat noch nie mit meinem Account gespielt oder so Leute das wollte ich euch nochmal zeigen das ging letztlich nicht egal ich meinst noch ein Video damit ich mir jetzt nochmal so ne Follower habe und auch Anfang an ein bisschen ausrasten kann du meinst nicht volle Video noch ein Video sondern ne Runde ja hab du gesagt ne Follower habe ich gesagt ne neues Video hast du gesagt also volles Video volle Runde habe ich gesagt oder nicht meine ich aber ist doch egal auf jeden Fall meine ich ne komplette Runde dieses Scoreboard ist auch finde ich ziemlich cool doch so ach Leute hä hat also wenn du dieses Video siehst ne das hier ist mein Account das ist Renkes Account meiner und Martin hat seinen eigenen Account und da ist keiner der Savage heißt Martins heißen NB Tivers oder ich hatte mal ein NB Savage also Max hier aber den der hat wurde gehackt und wurde den Armut gemacht aber den Account hab ich halt wieder ach ging zwei Gana ey Leute ich mach jetzt noch so Hälfte von der Runde oder so vielleicht auch noch die Runde, keine Ahnung der BTF ist halt so wenn du es guckst dann nimm es einfach so hin dass ist ein Account ha 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 oh oh oho oh guck mal was er geschrieben hat guck mal was er geschrieben hat guck mal was er geschrieben hat ach darum das AIM Martin hätte den AIM nicht zugetraut dir schon das volles Kompiliment schreib mal Danke ja ich hab doch gerade Junge keine Sorge ich bin schon nicht verkleben wie viel das ist cool so leute und ich wie ich euch versprochen habe ich habe nicht vergessen mein Mikro irgendwie aufzunehmen ich hoffe ich nehme es auf wenn nicht mehr dann weiß ich nicht dann schmeiß ich mein PC aus dem Fenster dann ist das dritte Video hintereinander wo ich vergessen habe mein Mikro aufzunehmen das kann dann nicht sein irgendwann muss ich schieße nicht auf dich rein nein aber scheiß Sniper schießt er auf mich oh ein Knife ja und ich wurde trotzdem geholt ich hatte hierhin mach ihn nicht egal soll jetzt noch mal ernst jetzt kann ich mich jetzt ich Leute ich hört mal auf mit dem Schreiben ich fange jetzt nur noch an zu spielen also wenn jetzt irgendwas in dem Chat abgeht dann ist es vorbei oh ich hoffe ihr hört Renke und Tobi ich weiß nicht ob ich das eigentlich habe weil ich es eigentlich nicht mehr aufgenommen ich glaube ich sollte also wenn der Max es nicht hört Max hat jetzt schon Prozent die ganze Zeit versucht aufzunehmen also mehr herr was war ich da auf jeden Fall der Max gerade eigentlich mit seinen Stimmen auch auf war noch mal sollte man ihn hören aber jetzt nicht klappt dann tut ihm leid dann wird es das dritte Let's Play was dann nur ein Gameplay bei dir hört man nicht das muss jetzt nicht noch mal erzählen es gibt ja es gibt keine Aufnahme hast du aufgenommen und nimmst immer noch auf dann sieht man in deiner Aufnahme hört man dann nur mich ja ja aber dann kommentiere ich das nochmal nach so das habe ich eben schon gemacht deswegen musste Tobi ja noch kurz warten vorhin nein Enki bist du immer links von deiner Seite aus? äh ja bin ich also von meiner Seite aus links also auf der anderen deswegen sehen wir uns die ganze Zeit nicht ich weiß gar nicht was wo du jetzt gerade bist ja auf der anderen Seite halt ich liebe den Akasa ja sorry Leute wenn das gerade ein bisschen unsynchron wird ich hab's in den letzten Part vergessen äh zwischendurch Cuts zu machen deswegen war's wahrscheinlich ein bisschen unsynchron oh nein ich hatte keinen Tonnen mehr also tut's mir leid aber es muss sein ich vergesse einfach so Leute das wie ein Mikrofon kommt bald an ich bin sowas von fucking happy Renki ich kann auf deiner Seite aufpassen oh Legendary Rico ist fast tot nein I got him ja naja und noch ein Info ein Outfit hier ist einfach mal random gemixt ich hab einfach auf den Würfelbutton aus meinem äh auf meinem My Stuff Ding da geklickt was ja jeder hat und dann hat er nette der Fahrcreator mir so ein komisches wie jetzt auf oh sorry Max aufhören Max genau danke ähm Renki zeig den Leuten mal ähm die hier Lebensanzeige von deinen Leuten äh ja hä hab ich gar nicht das ist ganz klein Junge jetzt sterb ich fast weil ich da geguckt habe oh fuck oh Gott ich hab nur einen Schuss getroffen sorry ey Max jetzt bin ich gestorben weil ich geguckt habe jetzt wurde ich mich von denen angegriffen also wo sitzen Lebensanzeige sein hier ist gar keine Lebensanzeige über den Namen du über den Namen von deinen Freunden ganz klein nur so ein Balken nein also über meinen Freunden äh von deinem Team ja ich weiß aber nein doch bei mir nicht das hat vorhin dachte ich das auch die ganze Zeit aber Entweder zwar dann auf einmal da oder hier Leute ganz kurz der Beweis ne der Beweis ist hier da nix mit Leben Hall aber nicht ja ne da steht kein Lebensdienst sondern nur so ein Balken mit ausgefüllten Dings also die hat alle fast fort keine Ahnung nein das ist mir ernsthaft ja ich dachte ich dachte das vorhin ich bin auch dass die anderen mich verarschen aber irgendwann habe ich dann gesehen entweder es ist auf einmal gekommen oder ich hab's auch nein jetzt ohne Scheiß Leute könnt ihr ein Video sehen es ist bei mir nicht ich mein ernst und ich bin ja nicht blind sicher Tobi hat die Fresse ich bin und der Meinung nach Arie und da schluckte das alle 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 Ruh Ränke 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 ja Junge ich bin da ausgerastet ich hab einfach mal den 2 2 2 2 aber sowas von gegeben alter das merkt euch wenn Renke ausrastet klingt das er mein Gott muss noch ein bisschen lustig sein Renke Dings ist draußen irgendwas cooles, hab ich gesehen was draußen ist im Kino das habe ich wieder vergessen fast ein Gefühl ist 6 oder so komplett ach so ja ist schon oder nicht ja oder ist schon ja ich meine ich meine der ist dieses Wochenende ist der raus Tobi ist natürlich wieder top informiert also Leute wenn ihr wenn ihr wenn ihr Informationen haben wollt checkt Tobi ja Tobi hat keinen Kanal deswegen kann er könnte es nicht auschecken checkt ihn einfach er ist Tobi piep 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 also bei mir kann das piep nicht an man hat den Namen gehört Max ich weiß ich hab das doch auch nachträglich geschrieben ja deswegen ja meine Abonnenten ich mach mir die Mühe ich nicht also Leute jetzt kennt ihr Tobis Nachnamen jetzt könnt ihr ihn stalken ja Facebook könnt ihr auch suchen unter dem Namen den ich gesagt habe also Leute die jetzt beim auf meinem Channel sind geht mal zu Renkes Channel ups sorry Max Werkstoffwassers und da könnt ihr dann halt den richtigen Namen hören und dann könnt ihr ihn auf Facebook schauen macht Spaß muss ich sagen dumm 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 und da ist das Tonic und da ist der Heal so Leute zur Kontrolle hier da oben ist dieser Balken da den Renke nicht sieht ist das Renke oder ist das wenn ich töten darf das ist wenn ich töten stirb Kartoffel stirb Kartoffel ey das bin ich mein Spaß ich guck oh pro ehm au au hab ich auch mal komisch was abkriegen sorry Max ich geh den hier der war nicht ganz arg Max hau den hier raus Max geh mich komm schnell warte 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 ah danke warte warte Leute hast du überlebt noch gerne warte ich mal kurz n Cut blut 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 seht ihr Leute ich hab wieder full live ah fuck das oh fuck ich dachte das bist du hier habt ihr gesehen Leute da unten 160 live Max hier hat's echt gebracht hä was hast du jetzt für ein Scheiß gebaut sag ich dir nach Aufnahme halt gecheatet Sonic bestimmt nein nein ich will den Trick nicht verraten hast du dieses Ding gekauft dieses 10D mehr Prozent weil ich gar nicht ich hab's auf jeden Fall ich will nicht haben die Gitarre hat über mich in der Klobe kommt ja mit dem erster Klobe kommt zu einem Monat glaube ich den Hals hätten wichtig immer wirklich wissen ja vielleicht einfach IG angemacht nein hä dann will ich jetzt wirklich es ist ganz es ist ganz simpel du kannst du nicht verstehen weil ich das weil ich ja es ich erklär's gleich okay Scherzes Kümmer nein hä okay wir denken aber nicht mehr nach du kannst ich nicht verstehen gerade das können nur die Abonnenten verstehen äh ups sorry Max ich war gerade einfach verplex ich bläß dich Olle ich hab noch den Dully gekriegt ich wollte dass du ähm Airborne Assault kriegst deswegen hab ich dich gebläßt irgendwie hab ich mit National besten Aim jetzt ohne Spaß das hört sich auch viel cooler an ne oh ey das ist ne knappe Runde sowas ist schön ich wollte eigentlich blästen ich wollte die eigentlich blästen muss ich es wieso gehen oh das ist Rinke eigentlich will ich dich treffen aber ich will den hinter dir treffen ach ich muss gerne mal die Clips durchgucken da waren ein paar coole Kills dabei da die 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 nachher schien achar nicht die und verleute das war richtig gut alter macht einer Sekunde guck sie an guck sie an bei einer Sekunde steht die Rocket Leute verteidigen in wozorna was ist euer Handwerk au 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 k weißt du hast du kennst du den Fügel das mit 300 Euro wir gewonnen magst du hast mit 300 geguckt oder und Prozent da halt da ruft der typ der also dieser Anführer von denen noch Spartan also erst fragt er die Gegner was sind eure Handwerken da sagt er eine Töpfer und sowas Töpferer er mag ich und dann sagt dann sagt der Spartaner also sagt diese Anführer von den Spartanern Spartaner also zu seinen eigenen Leuten was ist euer Beruf dann rufen die alle mit den Sperren in der Luft au 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 und das haben wir zu äh die A-Jugend von uns hat das als äh als Schlachtruf vor jedem Spiel gemacht so im Kreis das ist cool ja ok Leute das war der Cut äh das wird der Cut sein hier ich mach das Ende des Videos yo Leute ich hoffe es hat euch gefallen sagt dann bis zum nächsten Mal wuuu au au tschau